Herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Star Wars Battlefront mit dem besten Pro-Gamer der Welt, der schon in der letzten Folge ein unglaubliches Gameplay hingelegt hat. Ich weiß, alle waren begeistert. Ja, und heute gibt's ein neues Mäppchen, ein neues Kärtelchen. Und zwar spielen wir heute Dropzone in der Battlefront Alpha mit dem Currywurst. Ich hoffe doch, hallo. Das wunderschöne Bild von Mafuyu, der ist leider nicht am Start, der Tobi auch nicht im Moment. Und vom Gronk ist es nicht das Game. Ja, und dabei ist aber trotzdem dafür auch noch der Benni ist am Stissel. Hey, Svennyschen. Hey, heute geht's weiter. Hey, du bist in unserer Party. Yo, yo, was geht ab? Yo, Party. Wie füllt's. Ja, wie gesagt, die zweite Folge, wir haben null Vorerfahrung und ich hab noch nie Dropzone gespielt. Erklär doch mal eben, was es ist, Curry, weil der hat ja schon zum Verenden gespielt, der Curry. Gut, Dropzone ist also, es ist erstmal eine kleinere Karte als bei Walker ist heute. Und wir sind nur mit 16 Leuten. Und dann ist es noch das Ding, also das Ziel ist es, es kommen halt immer so Pods runter. Und die muss halt das jeweilige Team einnehmen, damit es einen Punkt bekommt. Also so Toiletten. Also so Dixie-Pot. Bam. Man muss sich dann einer reinsetzen, muss dann das Geschäft erledigen und wenn er es schafft, der hat dann gewonnen. Ne, Quatsch, man muss die Dinger halt einnehmen. Deswegen Dropzone. Man muss da was droppen. Man muss was droppen. Die Dixies. Den Shit droppen. Kennt er sich aus, der Benni von den ganzen Festivals. Westens. Ja, ne, kannst du auch. Wurst frei. So, Dropzone. Du bist mal, oder? Ja. Wurst frei. So, du musst jetzt nur noch hinterher joinen, ne? Your party just joined the game. Ja, ich joinet ihr. Ja, da sind wir doch. Ja, geil. Und ich bin drin. Ja, wir sind Rebellen. Ja, Mann. Oh, Mann. Aber ich sehe auch eher so von unserem Geist eher Rebellen, ne? Ja. Ich tendiere eher zum Imperium. Ich tendiere ja auch zum Imperium. Hätte ich jetzt schon in der letzten Folge gefragt, was cooler ist, auch die Community, ganz klar. Und ich muss ja sagen, die haben einfach das coolere Fashion-Outfit an. Ja, ja, ja. Ja, das muss man nicht mehr lassen. Alleine der darf, ne? Der mit seinem SM-Ansuch. Ey, nehme ich einfach den Blaster oder kaufe ich mir jemanden neu? Ach, ich habe eh noch nichts. Ich kann mir eh noch nichts kaufen. Also, ich würde dir, warte mal, ich kann dir mal sagen, was ich habe. Ich habe nämlich momentan die DH-17. Die DH-17. Das ist so eine Pistole. Ja, die habe ich noch nicht. Also, wenn ihr die freischaltet, holt euch die auf jeden Fall, weil die hat schnelles Feuer. Seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, denke ich mal. Ach so, ich muss den erst in die Hand legen, den Thermaldetonator. Okay. Den Thermaldetonator. Oh, das sieht aber richtig nice aus hier. Alter Schnell. Genau, du musst den halt in die Hand nehmen und dann hast du halt auf eins diese Granate jetzt, ne? Seid ihr dabei? Seid ihr dabei? Seid ihr dabei? Ich bin dabei. Ich bin dabei. Los geht's. Oh mein Gott, ich freue mich schon auf meinen Verlust meines Lebens. So, ich habe im Moment immer noch keine geilen Waffen. Ne, der kommt. We claim the pot. Genau, da vorne ist halt der pot und den müssen wir halt einnehmen. Im Moment haben wir das Imperium, haben das Ding noch gerade eingenommen und wir müssen halt das verteidigen jetzt. Bin halt begeistert immer noch von der Grafik, aber sitzt wie gesagt nur 8 gegen 8, ne? Oh, da hinten ist so einer, so ein Hammel. Oh, warte mal. Oh, ich hol den von der anderen Seite. Der hat eine Megascheißverbindung. Ja, der ist ja schon tot. Ich dachte, jetzt mach ich mal was, tragen wir mal 2 zum Sieg hier und dann, boah. Pass auf. Ja, ich habe erledigt. Sehr gut. Komm zurück, zurückzug. Der Pot ist hinter mir. Oh Gott, wo ist er? Warte, ich muss mich einmal kreativieren, meinen Freund. Gib mir eine Deckung. Gib mir Feuerspruch. Ich nehme es ein, ich nehme es ein. Ich komme, ich komme. Okay, jetzt müssen wir verteidigen, Leute. Verteidigen. Fuck. Tot. Oh nein. Oh, da waren noch Ohrenzweig. Ich doof Arsch. Ich alter doof Arsch. Das Problem ist, wir sind jetzt halt auch direkt wieder mitten im Match reingedäunen. Also die Gegner haben ja 3 Punkte schon Vorsprung. Ja, klar. Aber es ist ja gar kein Problem für uns mit unseren Skills hier. Da können wir einfach rausballern. Oh, ich habe einen gut erwischt. Der ist fast tot. Oh, oh, oh. Nice. Ja, schön. Kill assist. Durch dich bin ich gerade eben lang gestiegen. Ey, danke, Mann. Da bin ich, Curry. Cool, das war klappt. Komm, wir steigen voran. Wir gehen voran. Okay, der Pott. Der Pott wird eingenommen. Man wird nur ein Schrei vom Bellen. Gut, der Pott wird eingenommen. Die kommen von hinten. Von unten. Das Fisch war es meiner. Wo ist die Abspülung? Ach, da. Von rechts. Alles klar. Das ist auch beheizbar eigentlich. Der Pott? Oh, da kommen sie. Da kommen sie. Ich glaube, so ein Dixie-Pott ist es nicht beheizbar. Ich habe ihn erledigt. Nein, der hat noch eine ganze Zeit. Pass aus. Ich habe gerade Lalf gesehen, wie der Walle hier vorgesprungen, weggesprungen wurde. Das sah schon geil aus. Muss ich sagen. Oh, von da vorne. Komm. Die wollen, die wollen. Da, da, da. Der versteckt sich da die Sau. Komm. Headshot-Bonus. Sehr gut. Alter, was ist los? Der Walle räumt auf hier. Na ja. Geh ich mal hier auf die Brigade. Sag lieber gar nichts, weil dann geht es gleich wieder da hinten los. Ja. Okay, warten. Da wollte der mich wegsnipen, die Sauber. Lieg's da? Ich habe ein Haus gemacht. Alter, der nächste Pott ist schon im Start. Leute, wir müssen weiter. Weiter, weiter, weiter. Ich bin tot. Ja, ich auch. Warte, bis du eingeloggt bist, dann steu ich dir nach. Nein. Mist. Also, wie gesagt, hier geht es richtig zur Sache. Kunterbunt, ja. Oh ja. Freihaus. Und der Benni, der geht richtig ab, oder? Ich gehe richtig ab. Na ja, es geht so. Es läuft aber besser als beim letzten Mal. Ja, es läuft besser als beim letzten Mal, das stimmt. Es ist aber auch nicht so ganz krass. Ich glaube, das letzte Mal hat er von der Bordeaux-Rolle. Ja, das Gute ist halt, du hast hier halt ein bisschen Zeit, sich zu bewegen diesmal, ne? Das ist schon ein kleiner Vorteil. Ja, gerade für Anfänger, wie wir es sind. Nun, es kommen keine fetten, riesigen Roboter, die einen wegballern. Aber ich will in den Kommentaren lieber hören, Sarazar, du bist der beste Pro-Gamer der Welt. Ja? Das will doch jeder lesen. Oh, oh, oh. Oh, der fliegt. Ja, der fliegt wohl. Ach, fuck. Ich will auch fliegen. Nein, ich habe ihn fast geführt. Ja, ich glaube, Deckung ist hier auch nicht so schlecht, ne? Nein. Das war so peinlich, Alter. Den hätten wir ledigen. Wir waren zu zweit und haben den nicht bekommen. Ja, wir stehen auch immer relativ offen, ne? Ja, wir sind echt deppen. Wir machen schwer, dass er wie ein COD gerade fällt. Rauf rennen und wegballern. Oder weggeballert werden. Das ist ein Pro-Gamer auf einem neuen Level-Came. Ich? Ja. Das habe ich nie behauptet. Das hast du gesagt. Ach so. Du hast mir den Scheiß hier eingeprockt. Da kommt ein neuer Pott, da fliegt einer. Ja, ich brauche dir mal den Pott hier. Ich muss mal hier... Ich muss ihn mal. Kleines, kleines Würstchen ablassen. Also 4 zu 2. So, wir haben ihn doch hier. Feuriges Laserwürstchen. Unsere, unserer Pott. Scheiß auf Kies. Wir müssen da durch. Das ist erledigt. Hinter uns. Nein! War das knapp. Jetzt haben sie ihn. So was doofes. Im Frontalgefecht. Pass auf, da ist einer. Da ist einer. Der ist weggeflogen. Renn nicht auf und drauf. Alter. Ob du Strike. Hast du ihn? Nein! Ich bin so schlimm. Ey, das kann doch nicht sein, dass er mich auch noch wegholt. Hat der dich auch noch weggeknallt? Ja. Ach, Alter. Der ist so geil gestraved und rumgehüpft. Da konnte ich nicht zielen. Ja, genau. Der hat das voll drauf gehabt. Aber kein Problem. Ist das so mit Alt? Wie kann ich denn so geil straven? Bei mir macht der das so voll langsam. Ja, bei mir auch. Die sind voll schnell irgendwie. Oh, wie die mit den Granaten rumwerfen. Wir bauen mal da Tipps aus der Community noch. Alter, da sind die alle. Ja, der ist tot. Immerhin. In Deckung, 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 Deckung. Deckung ist immer noch, sich ihre nachzuladen. Zack. Ich bleib jetzt mal hier hinten. Oh, der fliegt. Alter. Was macht der denn? Der hielt da erst mal ab. Macht der den fliegenden Stormtrooper. Okay, ich wage mich voran. Da ist gerade Action. Oder Ruhe. Oh, oh, oh. Nee, da ist keine Ruhe. Currywursti, nee. Ich muss das Ding jetzt einnehmen. Jetzt oder nee. Currywursti, ich komme. Alles klar, ist eingenommen. Ja, Mann. Oh, mein Gott. Da kommen sie wieder. Ganz da hinten. Jetzt safen. Jetzt safen. Ja, Mann. Wow. Irgendwas da explodiert neben uns. Achtung, da war noch einer. Okay, ist tot, ist tot, ist tot. Deckung. Nehmt euch Deckung, Leute. Wir müssen einfach nur abwarten. Wir müssen einfach nur abwarten. Von rechts, von den Felsen kommen die. Nächster. Tot. Er ist tot. Hinter dir. Oh, du Säure. Ne Granate. Wollst du hier ran? Ich lebe noch, ich lebe noch, Leute. Warte, ich bleib am Leben. Oh, die Zeit ist abgelaufen. Ja, weil die halt vorher mehrere Pots hatten, ne? Oh, wir waren so gut. Die Zeit ist abgelaufen. Alter. Aber das Gute ist, wir starten jetzt ein neues Match. Weg zum Machen. Bin ich mal gespannt. Aber man kommt langsam rein. Ja. Also es war schon wesentlich besser als die letzte Runde. Auf jeden Fall. Aber es ist halt auch, also man muss doch halt auch die Map irgendwie kennen. Von wo kommt der Feind? So was weiß man halt auch alles noch nicht, ne? Ja. Das stimmt. Ich bin Rang 3, yeah. Ich auch. Ich bin Rang 4, juhu. Aber macht Hammerbock. Mega, Mess, Spaß. So, ich würde auf jeden Fall empfehlen, gleich, wenn ihr, ähm, vor dem Match, dass ihr dann eben guckt, ob ihr irgendwie neue Karten habt oder so. Weil das ist wichtig. Ja. Verstehe ich, was du meinst. Also, man muss sagen, mein Resümee bisher ist echt super geil inszeniert. Ich freue mich auf die anderen Karten bei der Vollversion auch. Ja, es gibt ja auch noch viel mehr Modi, ne? Luftschlachten und so weiter. Allein diese Luftschlacht, genau. Oh, New Card Type available. Oh. Steigler Rifle, ist das gut? Die Rifle ist Hammer. Die Rifle ist Hammer. Also, wenn ihr die Rifle frei habt, dann nehmt die. Also, wenn ihr die euch kaufen könnt, ne? Okay. Unlocked Price ist zu hoch. Also, wenn du damit einen Headshot verteilst, ist One-Shot. Kannst kaufen. Direkt tot. Ja, doch. Okay, wir sind diesmal Imperium. Hier, dieser schöne Startbildschirm, wie wunderbar das aussieht. Ich würde den gerne mal sehen, so. Mir das mal angucken, wie der so drüber fliegt. Das kannst du noch machen, du musst ja nicht weiterdrücken. Aber dann bin ich keine Unterstützung fürs Team derzeit. Kann man ja mal kurz machen. Ich hab das eben schon gezeigt. Durchfliegen lassen ist nicht direkt los. Das ist einfach wunderschön. Pam, pam, pam. Wie heißt denn der Planet? Boah, der Planet, wie heißt der denn? Oh, ich bin ja jetzt bei den anderen. Gute Frage. Das ist auf jeden Fall. Du bist bei den anderen? Du bist bei den Kollegen, Absolut. Da ist er noch, der Benni. Benni, wir sind alle zu dritt. Benni, hallo. Was? Hallo. Hallo. Guck mal, hier. What? Alter, bist du bescheuert? Ja, ihr könnt euch eh nicht töten. Ja, aber trotzdem. Okay, Jungs, jetzt voran, voran. Komm, wir sollten keine Zeit verlieren. Also, du müsstest jetzt auf drei die Sniper haben, oder? Ja. Das sind zieht, das sind zieht. Das sind zieht. Eben kurz ausrüsten und dann wegsnipen. Das ist mega. Das ist noch einer gewesen. Ja. Okay, wir verteidigen den Pot, Leute. Wir verteidigen den Pot. Vorsicht. Also, ein bisschen vorsichtig. Ja, ja, auf jeden Fall vorsichtig und Deckung. Deckung ist super. Okay, der ist down. Sehr gut seid ihr. Da unten ist einer. Da gehen wir hin. Von wo kommen die denn jetzt? Hier, komm, nimm das Ding. Ich renne da hin. Einfach hinrennen und einnehmen. Ich tue es. Geht mir ein Feuerschutz. Wenn wir das Ding jetzt eingenommen haben, Leute, dann spawnen da jetzt Power-Ups. Nehmt die mal auf. Power-Up. Von wo kommen die, Alter? Von links hier, von den Felsen wieder. Ich habe einen Orbital Strike bekommen. Ja, der ist mega. Warte, bis der nächste Pot gekommen ist und wenn die den eingenommen haben, dann haust du den dann drauf. Gibt es dir den Einwand-Orbital Strike auf den Sack, Alter. Der ist richtig schön. Orbital Strike auf den Pot. Ey, Slay Massive. Yeah. Wo seid ihr? Da ist der Curry. Okay, das Ding ist gleich eingenommen. Müssen wir so lange warten. Bad Slay, da ist es. Nice. Den haben wir schon erobert, jetzt, ne? Ne, ne, den müsst ihr jetzt einnehmen. Also wir müssen den Erden aktivieren. Ne, den einen Punkt da unten, den habe ich eingenommen. Ja, den einen haben wir eingenommen, genau. Warte mal, da liegt noch ein Power-Up. Das hole ich mir mal gerade. Guck mal, was da gibt. Das habe ich natürlich nicht auf dem Weg sterben. Aber wisst ihr was? Ich habe die Sniper. Ups. Ich komme zu euch. Die Sniper ist so geil, Leute. Die kann ich echt nur empfehlen, ey. Selbst wenn ihr damit die Gegner nur kurz anhittet, dann hat der nur noch ein kleines Zitfischel und dann könnt ihr den so wegballern. Also nehmt die auf jeden Fall mit. Boah, diese Flugpenner, ey. Der Junkpack ist halt echt assi. Benni, hast du den Pod, äh, den Orbison-Funk? Ja, ich mache ihn. Baller den auf den Kopf. Nein, das war falsch. Habe ich. Da kommt der. Nice. Bombs. Alter, ich sehe gar nichts. Wo ist der? Okay, jetzt müssen wir auch nicht weit stürmen, Leute. Wir müssen pushen jetzt. Aua. Das hat wehgetan. Boah. Wo war der denn? Okay, ich pushe, 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 pushe. Einnehmen, einnehmen. Nein, nein, nein. Ah. Der kam durch den Tunnel. Hat mich erwischt. Sie holen sich das Ding. Ah. Der kommt mit dem Jetpack. Nein. Alter, ich bin gleich tot. Ich habe ihn noch. Ich habe ihn noch bekommen. Sehr gut. Aber trotzdem. Wir müssen das Ding nur verteidigen. Warte, ich warte gerade hier, dann könnt ihr, kannst du bei mir spawnen. Ich bin da. Okay, alles klar. Oh, die sind da wieder. Pass auf. Wow. Von links, ganz viele. Warte mal. Tag. Du meinst, ist tot? Mach du links, ich mach rechts. Nein, der hat mich getötet. Ich kann, haben leider nicht, nicht, sorry. Komm direkt wieder. Oh, fuck, da kommt direkt der Nächste. Muss nachladen. Ich sehe nichts, ich höre nichts. Super. Aber die haben das Ding wieder eingenommen. Ja, wir müssen es holen, komm. Go, go, go. Der holt es sich, der holt es sich. Yes. Super. Okay, jetzt wieder upsafe. Leute, gehen in den Deck oben. Oh. Die überrennen uns. Oh, shit. Auf jeden Fall nicht, am besten direkt neben den Pott setzen. Das ist nicht so. Nee. Okay, safe und safe. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir von hinten kommen, ne? Ja, ja, genau. Wir müssen halt alle Richtungen absichten. Ich habe gerade hinten ein bisschen. Oh, hier ist eine Power-Up. Das hole ich mal gerade. Ah, fuck. Kannst du irgendwie nicht nehmen gerade, was? Warum nicht nehmen? Nee, das kann ich auch nicht aufnehmen, die Dinger. Ich weiß nicht, was das für Dinger sind. Aber wir haben das Ding eingenommen. Wir haben das Ding eingenommen. Wir können jetzt die Power-Ups nehmen, Leute. Hinter. Oh. Alter, ich bin gerade zu was von der Sniper. Ja, die Sniper ist Hammer, ey. Die ist... Yo, ich habe was. Infantry-Turm. Okay, erstmal in Deckung gehen gerade. Ja. Von oben, oben, oben. Oh, Headshot, tot. Warte kurz, Warte. Warte kurz, der neue Pott ist da. Alles klar. Oh, von hinten, von hinten. Deh es nicht. Sehe ich nicht, bitte. Scheiße, ich habe sie gesehen. Oh nein. Aber bisher läuft es. Wir sind 2-0 in Führung, Leute. Ach, wie doof war denn das? Also langsam, wenn man sich ein bisschen mit der Zeit ein bisschen länger spielt. Oh, ich habe deinen Partner revenged. Und noch einer. Geil. Sehr gut. Ach, shit. Der muss sich auch genau in dem Moment bewegen, ne? Fuck, ey. Aber wir nehmen den nächsten Pott ein. Komm da rüber. Wir holen uns das Ding. Doch, manche ist aiming gar nicht so clever. Manche ist echt schnell auf der Hüfte, ne? Ja, ja. Ich glaube, wenn du aus der Hüfte schießt, dann kannst du schneller hin und her laufen, als wenn du zielst. Komm, 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 komm. Ich übernehme das Feuer. Das war knapp. Sieht's denn aus? Okay, wir haben ihn jetzt eingenommen. Ja, wohl. Schlimmere Ergebnisse jetzt hier. So langsam wird's. Ford Capture. Boah, das ist irgendwo ein Scharfstützer unterwegs. Ja, ja, aufpassen. Nice. Wo ist der Nächste? Da hinten. Wir haben gerade in Deckung. Deckung, Deckung, Deckung. Da liegen wir auch noch auf der anderen Seite durch. Oh, wir müssen zurück, Walle. Zurück. Okay. Der liegt auf der anderen Seite der Karte. Oh, Alter, da fliegen schon wieder die Leichen hoch. Das läuft gut bei uns. Ja, ja, läuft super. 3-0 ist super. Da ist von der Nächste Action. Ah, nein, ich bin so eine Suppe gefallen. Ja, da musst du so rausspringen, rausspringen. Ja, nein, tot. Alter, von wo? Von hinter uns. Ah, von hinter uns. Ah, damit hab ich nicht gerechnet. Da war ich zu schlecht. Da ist er. Ah, nächster. Oh, ich, oh. Ja. Sehr gut. Ah, ich geht tot. Geh in Deckung. Ich bin in Deckung. Kannst du bei mir spawnen, wenn ich weiß. Ja, warte, warte, warte. Okay, ich bin da. Hier bin ich da dabei. Oh, fuck. Nein. Alter, ich bin bei dir gespawnt. Dreckgranate. Ja, Dreckgranate ist mal mies. Mit der Granate kommst du noch nicht so ganz klar. Okay, wo bist du? Oh, ich hab ihn fast erledigt. Der hat nur noch 8 Punkte. A critical kill ist nicht. Nein. Okay, die haben das Ding gleich. Die müssen schnell dahin. Irgendwas riskieren. Ja, scheiß drauf. Komm. Wir müssen es riskieren. Scheiß auf die KD. Go, 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 go. Yes. Alter, wir haben es doch geschafft. Mega. Wie viele Potts gibt es? Ach, bis die Zeit weggelaufen ist. Oh, Gott. Kevin, das war scheiße. Geh, Kevin. Genau, bis die Zeit weggelaufen ist. Wir müssen uns irgendwie mal gerade ein bisschen rückenfrei halten. Ja. Das ist hier gar nicht so gut. Oh, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Was ist los? Ah, ich bin tot von hinten. Kannst du bei mir spawnen. Ich bin hier hinten weg. Alles klar. Aber wenn man so ein bisschen im Team spielt, dann ist es gar nicht mal so schwierig. Nee. Es geht echt. Boah, ich sehe die teilweise nicht. Und der nächste Pot wäre gleich eingenommen. Komm schon, durchhalten, durchhalten, durchhalten. Und yeah. 4 zu 0. Wir zerstören die. Das Imperium haut hier richtig rein. Wer war das denn hier? Oh, das wäre draufgegangen gerade neben mir. Okay, nächster Pot, oder was? Ich fische mich langsam ran. Nächster Pot ist am Start. Noch am Leben. Oh, 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 fuck, fuck, fuck. Ich bin gerade unter Schuss gewesen. Wow, da sind ganz viele Beine auf der anderen Seite. Oh, ja, alter Dings. Wow, die Rücke, die Seite frei. Ah, jetzt hat er mich von rechts erwischt. Scheiße. Hab ich, das wollte ich gerade auch machen, dem Flankieren, aber da wurde nichts draus. Okay, ich bin bei dir. Shit, Alter, wir müssen hier einmal... Oh, da kommt er. Zack, er ist tot. Oh Gott, man hat das Schutzschild da. Ja, ja, der hat jetzt diesen Blaster oder dieses Schutzschild hat er. Aber der kann da nicht schießen, während der in dem Schutzschild ist. Ja, komm, run, mal, mal. Ab zur Toilette, Freunde, ab zur Toilette. Oben auf dem Hügel. Yo, 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 Deckung. Mega viele, ganz hier, ganz erstmal hier in Deckung. Die haben uns. Die liegen da voll im Vorteil. Bats, einen habe ich weggesniped. Ja, den haben wir auch bekommen von der Seite. Ich nehme mal gerade von hinten. Vielleicht kann ich ihn irgendwie anschleichen. Bleib mal gerade hier, da kommt der doch bestimmt wieder. Nehme die mal schön in unserem Schuss, da kann ich von hinten hier... Probier mal gerade was aus. Ah, fuck. Der hätte mich fast nicht gesehen, ich war fast bei denen im Rücken. Lost, einen haben wir verloren. Ah, fuck, Alter. Ja, es ist kein Ding, wir sind immer noch im Vorteil. Also 30 Sekunden, das ist unser Sieg. Sehr gut, Jungs. Das Imperium hat wieder einmal zugeschlagen. Ja, aber 7 zu 10, es wird doch langsam. Ja, aber Teamlay ist, glaube ich, nicht alles. Ja, ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Und den Claymen auch noch, Alter. Ich muss das Ding jetzt ein... Geh in Deckung. Die sind schon unterwegs, ich habe die schon gesehen. Von wo? Von wo? Von den Felsen. Von den Felsen. Da kommt schon die erste Granaten. Da kommt schon der erste. Oh, der links. Nice, hast ihn. Ich habe die andere Seite. Von der anderen Seite, von links. Oh, ich muss erst regenerieren. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Ich habe ihn, alles gut. Boah. Wir haben ihn. Ne, nicht voraus, nicht rausgehen. Das ist, das ist nicht gut. Eigentlich ist das Match schon vorbei. Alter, den habe ich nicht getötet. Ah, der letzte Pot wird vielleicht noch ausgespielt. Jetzt aber. Das kann sein. Zack, nächste Runde. Okay, sehr gut. Wir machen das super hier gerade. Wir machen das super. Benni, komm, 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 komm. Das ist unser Pot. Leute, Darth Vader wird stolz sein. Das war gut. Yo, nice. Sehr gutes Match. Aber was das für einen Unterschied macht, wenn man von Anfang an dabei ist, ne? Ja. Das ist echt krass. Ja, war doch echt gut, Alter. Ja, war mega. Ja, kann man nicht mehr grannen. Also, recht gut ist natürlich was anderes, aber war schon solide. Also, für die zweite Runde jetzt mal, die ich in den Spiel habe. Ich wollte gerade sagen, auf jeden Fall eine Steigerung. Auf jeden Fall sieht man eine Steigerung. Vielleicht sieht man die halt auch in der nächsten Folge dann wieder. Genau. Eine kleine Steigerung. Hängt natürlich auch immer ein bisschen vom Gegner-Thema ab. Ich glaube, diesmal hatten wir auch ein bisschen Glück. Die waren halt auch nicht ganz so krass drauf. Die waren eher so... Ja, die waren halt auch in der Unterzahl, ne? Ja? Ein bisschen. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt die ganze Zeit so war, aber gerade als ich jetzt zum Schluss nochmal geguckt hatte, da waren die in Unterzahl. Ja, vielleicht haben die vorher schon das Spiel verlassen, ne? Ist ja normal. Ja, genau. Also, mir gefällt das Spiel mega gut und ich bin gespannt auf die nächste Folge, die dann hoffentlich in Kürze über eure Monitor flimmert. Da bin ich mal gespannt, was wir nochmal spielen. Bisher hat mir dieser Dropzone-Ding ein bisschen besser gefallen. Lag vielleicht aber daran, weil wir erstmal nur Frischfleisch waren bei dem anderen. Ja, ja. Der ist halt mehr so die riesen Battlefield-Schlachten und der hier ist halt mehr so ein bisschen chilliger. Aber macht beides ultimativ Spaß und ich freue mich auf die nächste Episode mit euch gemeinsam. Ich hoffe, ihr entscheidet dann wieder ein. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Möge die Macht mit euch sein. Genau. Und mit deinem Pott. Möge die Macht mit euch sein. Möge die Macht mit euch sein.